Hallo und zurück zu einem neuen Vlog. Und zwar ist es ein besonderer Vlog, weil in diesem Vlog geht es um die Frage Willst du meine Trauzeugin sein? Ich wollte das Ganze einfach mal so festhalten, auch für mich als Erinnerung und vielleicht ist es für euch ja auch interessant. Und zwar möchte ich meine Schwester fragen, ob sie meine Trauzeugin sein möchte. Und es war mir eigentlich von Anfang an direkt klar, dass sie es sein soll. Meine Schwester und ich haben so in den letzten Jahren eine sehr, sehr enge Bindung aufgebaut. Also sie ist im Grunde meine beste Freundin und ich weiß, dass ich mit ihr über alles reden kann. Wir reden praktisch wirklich über alles. Ich finde es einfach lustig, was ihr euch schreibt, weil ihr schreibt euch alles. Also die schreiben sich wirklich alles. Also auch jedes Essen wird verschickt. Alles, was gekocht wird, wird erstmal fotografiert, dem anderen geschickt. Nein, nicht immer. Ja, schon eigentlich so gut wie immer. Ja, auf jeden Fall haben wir uns über die Jahre eine ziemlich enge Bindung aufgebaut. Das war auch nicht immer so. Was vielleicht auch daran liegt, dass meine Schwester zehn Jahre älter ist als ich. Und als ich dann noch jünger war, hatte ich natürlich eher so den Kontakt zu Endel, der nur zwei Jahre jünger ist als ich. Und jetzt mittlerweile aber ist sie eigentlich so neben Tommy meine nächste Bezugsperson, mit der ich immer über alles reden kann. Und wo ich weiß, dass sie immer mit einem Rat irgendwie zur Stelle ist. Und bei der ich vor allem weiß, dass sie die beste Mitplanerin in Sachen Hochzeit ist. Also eigentlich schon direkt nachdem ich ihr gesagt habe, dass wir uns verlobt haben, hat sie schon nach Locations gesucht, hat sich Gedanken gemacht und hat mir schon so, so viel geholfen. Und sie kennt sich ja auch sehr gut aus in der Branche, weil sie hat mit meinem Schwager zusammen auch viele Hochzeiten fotografiert. Als wir uns verlobt haben, war sie die erste Person, der ich es erzählen wollte und der ich es auch erzählt habe. Und ich glaube, das ist Zeichen genug dafür, dass sie auf jeden Fall perfekt wäre für meine Trauzeugin. Ich habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ich das Ganze anstellen möchte, weil ich glaube, es ist generell nicht etwas Abwegiges für sie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie es vielleicht erwarten könnte. Und deswegen wollte ich es ein bisschen so verpacken, dass sie nicht direkt damit rechnet. Am Samstag hat sie nämlich Geburtstag und da werde ich sie überraschen. Und wir planen das jetzt schon etwas länger. Ich habe nämlich am Montag da auch einen Dreh und muss sowieso in die Richtung fahren. Und deswegen dachte ich mir, dass ich das direkt mit einem Überraschungsbesuch verbinden könnte, wo ich sie nochmal sehe. Und sie rechnet wirklich mit gar nichts. Also sie hat mich sogar gefragt, ob ich vielleicht zu ihrem Geburtstag kommen möchte. Aber ich habe dann mir irgendeine Ausrede einfallen lassen. Und die Frage der Fragen will ich ihr dann stellen, wenn ich ihr ihre Geschenke gebe, weil die Frage ist dann sozusagen in den Geschenken versteckt. Oh Gott, ich liebe Überraschungen. Ich freue mich schon so sehr. Ich zeige euch, glaube ich, einfach mal die Geschenke, die ich für sie habe. Also erstmal habe ich die coolste Geburtstagskarte überhaupt. Und zwar einfach eine Damon-Geburtstagskarte. Wie geil ist bitte das denn? Die habe ich besorgt, weil wir zur Zeit beide gleichzeitig Vampire-Diaries schauen. Und deswegen dachte ich mir, wäre das irgendwie witzig, so eine Damon-Karte. Schreibt mal, wer sich über sowas freuen würde. Dann habe ich das hier, Hidden Games. Das ist wie so ein Escape-Spiel, was man dann so als Gruppe lösen muss. Also da sind so ganz viele Rätsel und sowas drin. Und da muss man das halt gemeinsam irgendwie aufdecken. Das habe ich besorgt, weil wir halt schon mehrmals zusammen auch in so einem Escape-Raum waren. Und wir haben auch schon mal online so ein Escape-Spiel zusammengespielt. Und deswegen dachte ich mir, wäre das ganz cool. Und dann habe ich hier noch so einen Kunstdruck. Das habe ich bei Etsy bestellt. Und so fand ich das ganz süß, so fürs Kinderzimmer. Also das ist so ein Bild mit so zwei Ottern. Und hier stehen die Namen von meinen beiden Nichten. Und das fand ich einfach süß, da auch nochmal so was Personalisiertes zu schenken. Und dann habe ich noch meinen eigenen Kalender für sie. Ich kann sehr, sehr froh sein, dass ich ihr den schenke. Ja, ja. Ne, also das ist etwas, was ich ihr so oder so irgendwann gebracht hätte. Ich hatte nämlich schon zu ihr gesagt, sie soll sich nicht selbst einkaufen. Ich möchte ihr gerne einen schenken. Und deswegen habe ich hier ein Exemplar von meinem Kalender für sie. Mir fällt gerade auf, dass ich den Kalender hier, glaube ich, auf YouTube noch gar nicht gezeigt hatte. Also so sieht der aus. Es ist ein Kalender mit Hardcover. Getting Stuff Done steht vorne drauf. Und es ist ein To-Do-Listen-Kalender. Also ihr habt hier jeden Tag Platz für eine To-Do-Liste, die auch so aufgeteilt ist, dass ihr das direkt nach Prioritäten sortieren könnt, sozusagen. Damit ihr wirklich einen richtig strukturierten Tagesablauf vor Augen habt. Hier sind auch so schöne Monatsübersichten drin mit vielen Extras, wie ein Quote oder ein Self-Care-Tipp oder so Habit-Tracker. Ja, und einfach auch noch so ein paar Extras, bei denen ich mir viele Gedanken gemacht habe. Ich zeige euch gerne den Link zum Kalender nochmal in die Infobox. Der ist, wie gesagt, für 2021. Und er ist auch nicht mehr so stark verfügbar. Also der ist nämlich limitiert. Der wird nicht mehr nachgedruckt. Also wenn ihr ein Exemplar haben wollt, dann schlagt auf jeden Fall zu. Aber das reicht jetzt ein bisschen mit der Self-Promo hier. Die Idee ist es auf jeden Fall, den Kalender zum Schluss zu geben. Und in dem Kalender wird dann diese Karte sein. Die habe ich auch extra bestellt. Die ist personalisiert. Und da steht drauf, ohne dich kann ich nicht Ja sagen. Ilona, möchtest du meine Trauzeugin sein? Ich werde die Karte dann hier reinlegen. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich ihr den Kalender schenke, sie den erstmal öffnen wird. Also so würde ich das erstmal machen. So, okay, man kriegt das Geschenk. Dann schaut man erstmal rein. Und ich hoffe, sie macht das. Und dann würde sie sozusagen die Karte sehen. Ja, das ist der Plan. Ich hoffe, dass alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, dass sie sich natürlich freut. Aber davon gehe ich eigentlich aus. Und ich bin schon so aufgeregt. Okay, let's go. Tommi ist so nett und bringt mich zum Bahnhof. Tommi ist so nett. Oh mein Gott! Was war das für ein Verteidigungssprung? Ein Wuppe mal lachen! Okay Leute, heute ist der Geburtstag meiner Schwester. Wir werden ihr jetzt gleich auch unsere Geschenke geben und ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt wie sie reagieren wird. Ich habe so lange nach einer Karte gesucht, da habe ich einfach irgendeine genommen. Ja, war kein Sinn Marta. Da stand yeah drauf. Eine, eine... Ja, ich habe einfach schlecht geschrien. Ich habe immer drauf losgeschrien, dass meine Grammatik ein bisschen blöden gegangen irgendwie. Ja, das hätte ich ein bisschen besser mit dem Knoten machen können. Einfach die ganze Zeit... Einfach die ganze Zeit dissen, ja? Einfach sich selber die ganze Zeit dissen. Das ist wie Mama. Das ist kein richtiges Geschenk. Weil du ja meinst, du solltest gerne mal einen riesen Hoodie nehmen, den du gammeln kannst. Und dann habe ich den... Ja, das ist weil du so kalt bist. Und das nächste weil du so heiß bist. Oh, wie ein Vulkan. Was ist da drin? Wasserkocher? Nein. Nein. Jetzt doch. Guck doch rein. Ja, es ist ein Wasserkocher. Aber ein geiler Wasserkocher. Geiler. Ich habe es auch in der Farbe geholt, wo du meintest, dass du es schick findest. Es ist nicht rot. Finally. Jetzt habt ihr endlich mal einen geilen Wasserkocher. Und falls du die Farbe nicht gut findest oder eine andere Schönheit findest... Krass, weil das ist so breit. Da passen 1,5 Liter oder so rein, weiß ich nicht. Das sieht echt gut aus. Artisan. Danke. Bitte schön. Danke schön. Alles Gute. Danke schön. Aber das war es ja noch nicht. Jetzt bin ich dran. Ja. Also erst mal... Sephora hier. Also... Ist das Sephora? Also die Karte. Achso, das Geschenk von Kira sieht aus wie... Oh je. Was ist das? Oh je, du schickst mir Damon. Oh mein Gott. Ich kann mich auch klar. Was ist das denn hier? Ich hab die auf Etsy gefunden. Oh mein Gott. Okay, ähm... Jetzt... Zuerst das. Die so... Erst mal checken. Das ist so ein... Erst mal gucken. Das ist so ein... Wie so ein Escape-Spiel, was wir hier zu Hause spielen können zusammen. So, yeah. Also heute dann? Ja. Und wenn du das öffnest, geht's schon direkt los. Ah, okay. Also dann sind da so Rätsel drin und... Und das? Also wenn wir immer noch nicht aufliegen. Das ist eh das beste Geschenk. Ich weiß. Ja. Cool. Ein Packumschlag. Muss ich jetzt hier auch machen? Ja. Oh, wie süß. Hast du das gemacht? Nein. Ja. Oh, denn das ist echt süß. Oh, wie sieht man Hähnchen heißen? Die zwei Otten. Ist das so? So süß. Die Daten sind doch richtig gut. Ich hab so... Ich hab so... Ich hab so doppelt überprüft. Ich hab so... Ich hab so... Ich hab so doppelt überprüft. Okay, das Beste kommt zum Schluss. Wir haben ein paar Diaries. Stoppeln nur mit David. Ach so, ich weiß, was das Beste ist. Ich hab so das Beste. Ich hab. Ich hab so doppelt überprüft. Ich hab so gepasst. Waaah. Wie? Aber ich habe erst unten das gelesen, weil ich meinen Namen gelesen habe. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Hast du nicht mit gerechnet? Nein. Ich habe eher mit Damon gehört. Ich habe nur den Kalender begleitet. Ich habe nur eine Einladung. Vielleicht brauchst du ein bisschen Geld zu finden. Ich habe drauf, dass du es jetzt perfekt machen musst. Nein. Der war sowohl doch unter Druck. Das ist für deine Schwester. Das ist für deine Schwester? Ja. Das freut sich ganz bestimmt. So Leute, ich bin, wie ihr sehen könnt, mittlerweile wieder zu Hause. Ich habe soeben den Vlog fertig geschnitten und ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Es ist nicht so ein typischer Vlog, wo ich euch wirklich über den ganzen Tag mitgenommen habe, sondern nur in diesen besonderen Momenten. Aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Für mich ist es ein sehr, sehr schöner Vlog und ein Vlog, den ich mir sicherlich öfter noch ansehen werde, weil das wirklich ein schöner Moment war. Ansonsten würde ich sagen, wer ist es dann für dieses Video und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye. 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 Bye.